Tag 21 meiner Challenge 20.08. Vor ein paar Tagen hatte ich ja gesagt, dass ich für diesen Tag kein Motto habe. Eine liebe Freundin von mir hat sich gemeldet und mir noch einen Hinweis gegeben, wo ich noch mal nach Mottos, Feiertagen, Gedenktagen gucken kann. Und zwar gibt es noch eine Webseite kuriose Feiertage und da habe ich jetzt mal drauf geschaut und da gibt es tatsächlich mehrere Mottos, die ich machen könnte. Ich habe mich jetzt für eins entschieden und zwar ist das Tag der Limonade. Es kommt aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten der USA. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was ich damit anfangen kann und wie ich das umsetzen kann und ich hoffe, es klappt ein wenig besser als letztes Mal. Okay, ich lege los. Bis zum nächsten mal. 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 Ich habe jetzt auch genauer eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe auch pünktlich aufgehört, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nochmal wieder zu viel mache, schaffe ich es eh nicht mehr zu Ende. Wenn ich das jetzt Gesicht noch, hätte ich noch mehrfach korrigieren können, aber das hätte dann den Rahmen gesprengt. Wie ihr seht, habe ich ein Mädchen gemalt, das durch einen Strohhalm Limonade aus einem Glas trinkt. Das war das Motto für den heutigen Tag. Morgen wieder ein neues. Bis dann.